Vielleicht hilft es, wenn ich aus der tollen Merch-Tasse trinke. Check den Shop. Feines Stöffchen. Feines Stöffchen. So, jetzt gehe ich da runter und habe keine Chance zurückzugehen, um nach Yggdrasil und Runen zu gucken. Deswegen sollten wir beim zweiten Durchlauf tatsächlich Hilfe in Anspruch nehmen. Ah, ich bin aber wieder am Anfang. Okay. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Was passiert denn da in den Schatten? Oh, oh. Okay. Glas. Komme ich da durch? Nein. So. Äh. Okay. Das ist dunkel. Mich blenden die Scheinwerfer auch extrem. Gestern schon. Ich weiß gar nicht warum. Habe ich die heller gemacht? Nee. Gehen wir nochmal da lang. Könnte sein, dass sich hier jetzt was verändert hat. Kann ich vielleicht die Fackel mitnehmen? Oder hier weiter gehen? Nein. Oh, siehst du mal. Oh, cool. Dann kriegen wir jetzt geile Licht- und Schatteneffekte. Ja, also mit dem Raytracing und Pathtracing, das ist ja auch neu für mich. Wir hatten das jetzt in Forza Motorsport, wir hatten das in Alan Wake und was hatten wir gezockt? Achso, in Star Wars natürlich. Ja, ich glaube die drei. Alan Wake war so das Musterbeispiel für Pathtracing. Und da sieht man jetzt schon, okay, das ist hier definitiv nicht dabei. Dann wird es nämlich noch mal viel anders aussehen. Aber es sieht trotzdem hammergut aus, ne? Alter Verwalter. So. Gucken wir mal, ob wir jetzt da durchkommen. Ha ha ha. Es ist nicht so leicht, mich zu verabschieden, Kind. Du kannst mich nicht mehr aufschieden. Abwarten. Ich mach dich kranken aus. Halt, wir müssen nach Gesichtern gucken. Dass wir einen Yggdrasil finden. Okay. Wir gehen mal links rum, weil bisher war das hier so wie bei anderen Spielen auch. Rechts rum ist der richtige Weg. Links rum ist was zu finden. Ob das richtig ist, hier lang zu gehen? Nee. Abwarten. Dann lauf mal schneller. Warum guckst du da hin? Nix. Okay. Dann wissen wir, das Rot ist nicht gut. Gehen wir mal da lang. Ah, da geht's runter. Das ist wieder doof. Und dann gehen wir erstmal hier gucken. Oh, da ist wieder rot. Ist auch nicht gut. Oh, bis 1990. Da ist ja schon mal ein paar ordentliche Waffen und Panzer wahrscheinlich, ne? Du wirst mich anbieten, oder du wirst hier sterben. Ich lasse dich nicht anbieten. Okay. Jupp. Ja, cool. Oh, ich bin gerade erschrocken. Kämpfen. Oh, was war blocken, was war blocken? Das war blocken, okay. Aber so nicht. Weg, schau auf. Aber hey. Hey, hey, hey. So nicht. So nicht. Oh. Nächster bitte. Aber halt. Alter Knopf schon wieder. Aha. Noch einer. Ja, sicher. Ah, trüge ich über den falschen Knopf. Bin ich doof? Bitte nicht beantworten. Haha. Ich kenne die Antwort. Boom. Boom. Just listen to me, Senua. Das ist meine Fackel. Da. Kann ich das anzünden? Hier war doch was. Wow, wo kam ich her? Verdammt. Warte, 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 warte. Da kam ich her. Das kann ich viel leicht anzünden. So. So. Nein, kann ich nicht anzünden. Ja, komm. Dann machen wir wieder die alte Regel. Gehen wir links rum. Gucken wir aber auch mal nach Gesichtern, dass wir Yggdrasil finden. Oh, ja, 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 ich gehe ja schon, ich gehe ja schon. Das war der falsche Weg. Also ist das bestimmt der Richtige. Ich will never be free, never safe, unless you heed my words. Und nicht. So aufpassen, falls wieder Regen anfängt. War vorhin ein bisschen Unwetter. Dann müsste ich die Fenster zumachen. Zumindest das hier. ich könnte ich auch tatsächlich gebrauchen wir können den zweiten durchlauf über die xbox machen das ist das ist schwachsinn das ist schwachsinn muss ich nicht fachsinn oh weiche von mir ich bin doch noch bin ich wirklich jetzt hatte ich gerade ein bisschen kurz panik ich weiß doch aus was willst du denn ich weiß doch aus ja das ist halt dynamische schwierigkeit anpassung sprich ich bin ja selber schuld wenn ich so gut bin nun zu dir über die nase du sollst mir nicht weh machen noch fragen ein leckeres getränk aus der tollen tasse tt tolle tasse ach was lecker so kein blassen schimmer wo wir hergekommen sind gehen wir einfach mal gucken ich finde sicher noch irgendetwas cooles na was ist jemand hier nix ich bin glaube ich leider richtig hier kann ich doch bestimmt feuer machen oder das war vielleicht nicht so gut das war das war das war du hast das du hast du hast es war und das das Die Leute prospereigte, bis Sie zurückgebracht haben, die Schmerzen mit Sie zu bringen. Die Gäste können nicht getötet werden. Alles, was wir tun können, ist schlafen sie. Schlafen sie mit Blut und Feuer. Genau, stell dich nicht so an. Er versucht, dich in der Schmerzen zu halten. Die Schmerzen? Er hat gesagt, dass es kein Weg gibt. Aber die Gäste hat dich regiert. Aber du hast zurückgebracht. Du warst stark. Vielleicht können Sie zurückbekommen. Sie können zurückbekommen. Sie können. Vielleicht gibt es eine Art Weg, um durch die Schmerzen zu halten. Die Schmerzen? Die Schmerzen? Um die Gäste zu töten. Sie finden einen Weg. Sie ist stark. Sie ist stark. Sie ist stärker als das. Sie können die Schmerzen zu töten. Sie kennt die Wahrheit. Sie sieht es jetzt. Sie sieht es jetzt. Sie sag ihm. Du bist falsch, Fargrimur. Die Gäste, die können getötet werden. Es gibt einen Weg. Ich bin nicht sicher, dass ich das glaube. Aber ich denke, wenn jemand einen Weg finden kann, dann ist es du. Er weiß, dass wir speziell sind. Er kennt sie doch gar nicht. Er weiß, wenn ich Sie. Er versteht Sie. Er sagt, Sie sind es für mich. Er fühlt uns kommen. Aber ich habe noch nie gesehen. Wie kann er sich sehen? Ich weiß, dass jemand kommt. Jemand anders. Jemand anders. Jemand anders. Jemand mit der Bedeutung zu sehen, und sehen, was es sein könnte. Sie sind speziell. Sie ist. Sie ist nicht speziell. Sie ist nicht speziell. Und das ist Sie. Sie ist einfach wie die anderen. Nein. Sie ist speziell. Oh. Sprich, die verliert ihre Augen noch. Sie wissen, Senwar? Sie wissen, das ist Sie? Jeltoiga. Wo geht sie, wenn die Sonne ist? Sie bringt die Schmerzen zu allen. Ein Monster. Sie schützt. Down da. Hiding. Waiting. Unter dem Cover des Kliff. Sie ist dort meistens. Sie ist da. Sie ist da. Diese Menschen leben in Angst. Sie sind 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 nicht in Angst. Sie werden nicht raus. Sie sind in Angst. Sie müssen im Angst. Sie müssen etwas tun. Sie müssen etwas tun. Sie sind da. Sie in Angst haben. Sie müssen sich wegen der Schmerzen. Sie sollten nicht im Angst. Sie wissen. Sie wissen, Sie sehen. Sie wissen. Sie haben die Schmerzen? Die Schmerzen? Die Schmerza? Die Schmerzen? Sie haben Sie gehört? Sie haben die Schmerzen. Sie waren die Wilde. Sie waren die Geistigen, die Dinge, aber sie schüren sie sich. Ich habe sie gefunden, dass ich sie in der Erde habe. Auch die Geister sind klar. Die Geister haben sie Angst. Die Geister haben sie Angst. Sie müssen die Geistern halten. Sie halten das Geheimnis. Will sie uns helfen? Nun, sie haben keine Liebe für einen Mann. Und welche tiefe wir haben, sind wir von Herz und Gefühlen. Aber ich habe das Bitter-Bret. Ich habe sie gefunden. Ich habe sie gefunden. Wenn sie sie finden, kannst du sie finden. Sie werden. Sie werden Sie testen. Sie werden Sie testen. Sie werden sogar versuchen, Sie zu töten. Aber wenn Sie sie gewinnen, Sie werden Sie, was Sie suchen. Wo kann ich sie finden? Sie werden uns, was wir sehen. Es ist eine Rache, nah an hier, wo sie leben. Its entrance ist hidden. Sie werden sie finden. Sie werden sie finden. Sie wollen Sie auch? Sie werden sie finden. Sie werden sie finden. Ich werde sie finden. Wir könnten sterben, versuchen zu finden. Sie werden uns, was wir suchen. Sie sind gefährlich. Aber sie werden uns helfen. Wir werden sie machen. Wir werden sie machen. Wir machen sie. Sie wissen Dinge. Okay. Gucken wir mal, wer sich da unterm Stein versteckt. Das ist nichts zufällig. Halt ich nochmal rein? Nein. Ja, hat der Arbeitskollege erzählt. Ja, trinken. Er war sich nicht sicher. Ist das nur Fallout-Season? Kann das sein? Also er meint, die Hinweise deuten darauf hin. Das wäre ja schon cool, ne? Vor allem, wenn sie dann auch die Landschaft entsprechend anpassen würden, ne? Die Map. Das wäre schon krass. So, ich muss mir hier gerade mal ein bisschen umgucken. Achso, ist das so geheim, ja? Okay, cool. Bin ich mal gespannt. Also wir können, äh, auf jeden Fall mal wieder Fortnite zocken, ne? Dieses Wochenende habe ich, äh, frei, sag ich mal. Und ich will unbedingt streamen. Muss ja nur gucken, wie es, ähm, klappt. Vom Kopf her und so. Aber ich habe es mir fest vorgenommen. Deswegen, einfach mal schauen. Ah, Rune. Hm. Alles klar Zeus. Hau rein. Ja, mach ich. Mach ich. Danke dir. Ich sag mal bis morgen. Wer weiß. Ich weiß nicht. Manchmal spuckt das Ding einfach. Das liegt mir draus. Okay. Okay. Gut, gut. So. Dann. Wie ist das eigentlich? Was sehe ich jetzt hier? Nicht. Äh, warte. Da sieht nichts nach einem Gesicht aus. Und da ist wieder er. Okay, ne. Dann sind wir hier schon durch hier oben und gucken mal weiter. Und da. Ja. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020